Better Minecraft Hardcore Tag 2 Plan heute, Eisenzuckerrohr, Essen und vielleicht die Mine anfangen. Zuerst die Gewinnung von Eisen, dann ein Kompost ausstellen und von dem Farmer Essen erhandeln. Eisenwerkzeug machen und aus Interesse nochmal zu den großen lila Bäumen und immer noch zu wenig Haltbarkeit, um diese sofort abzubauen. Also genüge ich mich mit ein paar Fichtenbäumen. Beim Sammeln von Zuckerrohr stoße ich auf ein Riesenschiff, welches nicht mal ich so gut hätte bauen können. Beim Inspizieren sind mir jede Menge Skelette aufgefallen und vor dem Schiff ein Spawner. Näher habe ich mich nicht herangetraut, das ist ein Problem für den Timo aus der Zukunft. Unten noch ein Eisengolem besiegen und in meiner Mine weiter nach unten graben, Eisen mitnehmen, aus Fichtenholz die Treppen wieder hochgebaut und ein bisschen aufräumen, dass die Arbeitsstationen nicht im Weg stehen. Noch ein Eisengolem besiegen und damit ist der Tag auch um. Danke fürs Zusehen, bis morgen.